Gabriel Baröli ist ein österreichischer Schriftsteller, Schauspieler und Regisseur. Leben Gabriel Baröli entstammt einem hochmusikalischen Elternhaus. Sein Vater, der Geiger Walter Baröli, war langjähriger Konzertmeister und Vorstand der Wiener Philharmonika. Seine Mutter Elsa eine Sängerin. Er absolvierte eine Schauspiel- und Regieausbildung am Wiener Max-Reinhardt-Seminar und wurde 1979 am Wiener Burgtheater engagiert. Es folgten Verpflichtungen am Berliner Schiller Theater, bei den Salzburger Festspielen sowie am Wiener Theater in der Josefstadt. 1980 debütierte Baröli unter der Regie von Wolfgang Glück als Filmschauspieler in der Schüler Gerber nach dem Roman von Friedrich Thurberg. Sein erster Roman Butterbrot wurde über 200.000 Mal verkauft. Seit der Bühnenuraufführung im selben Jahr spielten über 120 Bühnen das Stück unter anderem in New York City und Rom. In zahlreichen TV-Filmen war er für Drehbuch und Regie verantwortlich. Als Schauspieler hat er in TV- und Kinofilmen mit Regisseuren wie Xaver Schwarzenberger, Dieter Klante, L.U.C. Bondi, Axel Kotti und Regis Wagner mitgewirkt. Außerdem ist er am Theater als Regisseur und Schauspieler aktiv. 2005 hatte seine Komödie Ohio Wieso in eigener Regie in München ihre deutsche Erstaufführung. Seit 2008 ist er im Wiener Theater in der Josefstadt in John von Düffels Dramatisierung von Thomas Mannsbodenbrooks in der Rolle des Thomas zu sehen. Anfang 2009 fand die Premiere für die Wiederaufführung seines Theaterstücks Butterbrot in den Wiener Kammerspielen statt. 2011 folgte ein weiterer Kinofilm Baked Beans. 2012 erschienen der erste Teil der Trilogie der Sehnsucht Paradies sowie der zweite Teil Beginn. 2013 veröffentlichte Baröly den Roman Der Brief eines Vaters an seinen Sohn sowie den dritten Teil der Trilogie Wahrheit. 2014 Uhr Aufführung der englischen Fassung der Erfolgskomödie Butterbrot im Viener English Theater in der Hauptrolle Alphonse Heider. Diese Produktion wird direkt von Wien nach New York an das Österreichische Kulturinstitut transferieren. Baröly ist mit der Schauspielerin Sylvia Leifheit verheiratet und lebt in Wien. Preise 1999 Grimmelpreis für die Darstellung des Revierförsters Weich in Krambambuli Bücher Butterbrot Roman Herbig München 1989 Fischer Taschenbuch Verlag Frankfurt am Main 1992 ISBN 3-5961-1302-4 Folge dem Gelben Steinweg Roman 1991 Schmetterling Roman Nymphenbürger München 1992 ISBN 3-485-00661-0 Honigmund Für alle die noch an den Märchenprinzen glauben Erste Auflage Nymphenbürger München 1993 ISBN 3-485-00679-3 Zweimal drei Stücke Butterbrot Honigmund Abendwind 1993 Rot-Weiß-Rot Österreichs Farbenpracht 1995 Nachmittag am Meer Nymphenbürger München 1997 ISBN 3-485-00761-7 Denn sie wissen was sie tun Roman Nymphenbürger München 1998 ISBN 3-485-00782-X Beliebt dem Wachsenflügel Nymphenbürger München 1999 ISBN 3-485-00809-5 Alles was du suchst Roman Erste Auflage Argon Berlin 2001 ISBN 3-87024-523-9 Wo beginnt der Himmel? Argon Berlin 2002 ISBN 3-87024-520-4 Salzburg Eine Liebe Christian Brandstetter Fien 2005 ISBN 3-85498-4456 Echtzeit Langenmüller München 2009 ISBN 978-37844-31710 Paradies Styria Fien 2012 ISBN 978-3222-133565 Beginn Styria Fien 2012 ISBN 978-3222-133718 Der Brief eines Vaters an seinen Sohn Styria Fien 2013 ISBN 978-3222-134005 Wahrheit Styria Fien 2013 ISBN 978-3222-134265 Theater, Regie und Schauspiel Kleist Berlin Schiller Theater 1981 Na also Goodbye Berlin Schiller Theater 1981 Abendrot Wien Schauspielhaus 1985 Morgentot Wien Volkstheater 1989 Honigmund Wien Akademietheater 1991 Burgtheater 1992 Kammerspiele Regie Abendwind Wien Akademietheater 1993 Ohaio Wieso München Theater 44 Regie 2005 Honigmund Wien Kammerspiele Regie 2006 Amarone Wien Wiener Kammerspiele Regie 2007 2008 Budenbrooks Wien Theater in der Josefstadt Schauspiel 2008 2009 Ohio Ist gleich Wieso Wien Kammerspiele Regie 2009 Honigmund München Komödie im Bayerischen Hof Regie 2009 Butterbrot Wien Kammerspiele Regie 2009 Viktor und Viktoria Stockerau Sommerfestspiele Regie 2010 Sie spielen unser Lied Stockerau Sommerfestspiele Regie 2011 Polsprung Villach Neue Bühne Regie 2011 Butterbrot Salzburger Landestheater Regie Schauspiel 2012 Schutteim Altes Schauspielhaus Stuttgart 2014 Film Drehbuch Regie und Schauspiel 1981 Der Schüler Gerber Schauspiel 1984 Eine blassblaue Frauenschrift Schauspiel 1985 Welcome in Vienne Schauspiel 1985 Codename Emerald Schauspiel 1986 Mit meinen heißen Tränen Schauspiel 1988 Tatort Salipal Schauspiel 1988 Der jüngste Tag Schauspiel 1990 Butterbrot Regie und Drehbuch 1995 Honigmond Regie und Drehbuch 1995 Eine französische Frau Schauspiel 1998 Crambambouli Schauspiel 1999 Beliebt Dem wachsen Flügel Regie und Drehbuch 2000 Feindliche Schwestern Wenn aus Liebe Hass wird Regie 2001 Anwalt des Herzens Regie 2001 Reise des Herzens Regie 2002 Die Zeit mit dir Schauspiel 2003 Das Licht von Afrika Regie 2006 Kronprinz Rudolf Schauspiel 2006 Efats Acharias Schauspiel 2007 Weiße Lilien Schauspiel 2010 Aschenputtel Schauspiel 2011 Barelies Bake Beans Regie und Drehbuch Auszeichnungen Eine französische Frau Kino Silberner Seingt Georg in Moskau Darstellerpreis für die Hauptrolle 1991 Butterbrot Bayerischer Filmpreis für Regie in der TV-Verfilmung 1991 Grimme-Preis für Krambambouli Kino-Darstellerpreis für die Hauptrolle Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 2007 Einzelbelege Biografie des Stücke Schreibers von Butterbrot Drei Männer und die Frauen Normdaten GND 119.154.102 LCCN Nr. 92.043.006 VEAF Drei Männer Okei Wie lange